Ihr Herz schlägt für Autos und Motorentechnik? Dann starten Sie jetzt mit dem Autohaus Hartwig durch. Das Autohaus Hartwig in Rögo bei Wismar sucht ab sofort einen Kfz-Mechatroniker in unbefristeter Vollzeit. Bewerben Sie sich im Autohaus Hartwig. Eine attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub und hilfsbereite Kollegen warten auf Sie. Freiraum, Eigenverantwortung und berufliche Weiterentwicklung inklusive. Informationen unter www.autohaus-hartwig.de